Ja, ein wunderschön ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Arvorion mit ein paar Star Wars Modifikationen. Ach herrlich Leute, herrlich, 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 herrlich. Ja, vorweg, ich hatte die ersten drei Folgen im Voraus aufgenommen, deswegen erstmal Entschuldigung dafür, dass Luke so extrem leise war. Und mir ist das auch erst im Nachhinein aufgefallen, aber da war es schon zu spät, weil wir spielen auf dem Server und ja, passiert ist passiert. Man kennt's, ne? Ja, ich hab jetzt in der Zwischenzeit, wir haben jetzt den zweiten Tag, gestern hab ich die Folgen aufgenommen und schon freigeschaltet. Heute ist es soweit, dass wir die vierte Folge aufnehmen, weil, Aldi, Aldi, ich will weiter in die Mitte. Ja, ich möchte gerne weiter Richtung Mitte aufbrechen, ähm, damit ich hier langsam aber sicher mal ein bisschen vorankomme und hab gesagt, okay, alles klar, für den Schritt nehm ich euch einfach mal mit auf die Reise. Kleine Neuerung, ich zeig's mal kurz, viele werden jetzt wahrscheinlich schon sehen, oh, der hat ja schon drei Schiffe, mhm, hat er. Das erste, was ich mir zugelegt hab, war ja diese hässliche Bergbau-Fregatte, ne, die sah ja wirklich nicht schön aus. Und mit der hab ich dann Asteroiden gefarmt, hab's verkauft, Asteroiden gefarmt, hab was verkauft, Asteroiden gefarmt, hab was verkauft. Um nachher zu diesem wunderschönen Ergebnis zu kriegen, äh, zu kriegen, zu kommen. Erste kleine Bergbau-Schiff ist da. Aber man wird auch zwei, drei weitere geben. Allerdings fang ich jetzt erstmal mit einem an. Ich hab den auch schon, äh, nebenbei ein paar Laser verpult hier. Ne, dass das Sammeln dementsprechend auch ein bisschen zügiger geht. Ihr seht, Ressourcen steigen und steigen und steigen und steigen und steigen. So, da verkaufe ich dann wieder was, da kann ich mir wieder neue Sachen verkaufen. Genau, das mal dazu. Die sind hier fleißig im Sektor am Sammeln. Ne, dank Server-Neustart, die jetzt ja zweimal am Tag vorkommen. Einmal morgens um 4.30 Uhr und einmal abends um 16.30 Uhr. Ja, da bin ich eh auf dem Weg zur Arbeit. Da passt das morgens um 4.30 Uhr, da schlafe ich im Optimalfall. Ähm, werden wir auch immer mit ausreichend Ressourcen beliefert. Soll natürlich jetzt kein Dauerzustand sein. Das heißt, wir werden uns früher oder später in die Mitte verpieseln. Dann hab ich hier noch ein kleines Escort-Schiff gebaut. Wogemerkt sind alles Bauvorlagen, die hab ich nicht selber gebaut. Ne, nicht falsch verstehen. Hm. Ne, kleine Vogel hier, der hat auch noch ein paar Bergbauleser drauf, damit er sich dementsprechend ein bisschen um Ressourcen kümmern kann. Jetzt hab ich hier gerade einen wundervollen Bug. Hier, ne, geht doch mal mit der Schnauze ein bisschen dichter ran, danke. Genau, du darfst eher zerraffinieren. Genau, das erste Escort-Schiff. Ne, das uns auf den Reisen so ein bisschen begleitet. Wie gesagt, es ist ja ein Star-Wars-Server, dementsprechend werden auch nur Star-Wars-Schiffe gebaut. Das ist zumindest jetzt erstmal, ich hab auf Raffinieren gestellt, ne. Das ist zumindest jetzt erstmal der Plan dahinter und das wird auch so verfolgt. Wie gesagt, ganz wichtig, nur Star-Wars-Schiffe werden hier auf dem Server gebaut. Da ist das A und O. Und dann hab ich noch ein drittes Schiff mit zugelegt. Ja, nicht erschrecken, dass ich da überall die ganzen, ähm, Generatorenblöcke und so dran gebaut hab. Das ist einfach nur, weil die Schiffe halt noch nicht für 2.0 ausgelegt waren, aber geil. Außer nicht gesagt hab, ich will sie haben. Genau, und eine kleine Sektor-Verteidigung haben wir hier auch noch. Der ist dementsprechend ein bisschen bewaffnet. Ich hab auch drauf geachtet, dass er auch nur die Turbolaser kriegt. Gucken, vielleicht kaufe ich auch noch ein oder zwei davon und dann schauen wir mal. Genau, wie gesagt, nächstes Ziel, kann ich eigentlich auch jetzt machen. Nächstes Ziel ist es, ähm, langsam über Sicherheit, halt, wie gesagt, am besten ins Naonid-Gebiet zu kommen. Wir springen gleich mal los mit den drei Schiffen und schauen mal, wo die Reise hingeht. Ähm, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob wir es bis ins Naonid-Gebiet jetzt direkt schaffen oder ob wir sagen, okay, alles klar, wir stranden erstmal noch mal ganz kurz im Zitan-Gebiet. Beim Zitan-Gebiet könnte ich theoretisch dann meine Flotte ein wenig verändern und vergrößern. Da lass ich mich aber noch überraschen. Ansonsten hab ich zwischendurch, beim Durch-die-Gegend-Hüpfen zum Thema drei Schiffe, ich hab die Missionen mit den Kapitänen gemacht, wo man dann noch ein zweites Schiff geschenkt kriegt. Da hatte ich schon zwei, deswegen sind es jetzt drei. Und beim Springen bin ich hier vorne rüber geschossen, hm, gesprungen. Hier sind drei Piraten, die greife ich nicht an, lass ein Piraten-Mutterschiff mit zwischen, die werden meine Flotte weg rationalisieren. Aber es war ein Sender mit zwischen. Und hab ich natürlich direkt mitgenommen, ne? Klar, hallo Sender. Bevor wir nachher dann die ganze Zeit anfangen müssen zu suchen und dann wieder quer durch die ganze Karte nach oben sprengen müssen. Nehme ich jetzt schon mal alle Sender mit, die ich kriegen kann. Vielleicht haben wir den Code dann ja auch dementsprechend schon fertig. So, Ausrüstungs-Dock. Ich hab nichts zu verkaufen, weil alles verbaut ist, das ist immer sehr gut. Hier noch irgendwas mit zwischen. Da muss ich nicht lange überlegen für. Also da muss ich in der Tat nicht lange überlegen für. Zivilgeschütz zum Kontrollsystem. Hier beliebige Geschütze plus vier nehmen wir mal mit. Erzeugte Energie plus 22 nehmen wir mit. Das sollte erstmal reichen. Und ich denke mal, ich werde mit dem Schiff hier fliegen. Das heißt Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt Mh, einmal hier Kriegt ein paar Torpedoladeräume. Steht da dritte, wie viele der einladen kann? Er einladen kann? Einladen, einlagern. Nö. Okay. Macht nix. So, und ganz wichtig Torpedorampen. Mh, 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 mh. Wenn ich den da hinsetze. Geht das drüber weg oder nicht? Sieht gut aus. Sieht gut aus, dann machen wir das auch so und zwei. So, dann kaufen wir mir nochmal schnell ein paar Torpedos. Und zwar Hydra-Torpedos wollen wir haben. Dein Schiff hat nicht genügend freien Torpedoladeräume. Es reicht genau für zwei Torpedos, nicht schlecht. Das ist Nuklear Hydra. Nuklear Hydra. Dann machen wir das mit dem anderen auch mal direkt. Da muss ich dann doch, anstatt doch einen größeren Torpedoladeräume bauen. Nö. Ja gut, zwei, 2,59. Das ist natürlich nicht gerade viel. Erstmal auf, wir klatschen. Die Hände nochmal schnell was ran. Zack und zack. Ausrüstung handeln. Ne, wir gucken erstmal rein, wie viel wir in der Tatsache hier haben. Nummer 10. Ja, dann können wir noch ein paar mit zupacken. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Menge. Aber es ist ja auch noch ein kleines Schiff. So, fertig. Den weisen wir dann auch gleich nochmal eine Taste zu. Das wird die 5 und die 5. 5 oder die 6. Wir nehmen ja beide. Okay. Dann haben wir hier zumindest schon mal die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Und jetzt testen wir mal einen Torpedo testen wir mal aus. Ich will mal wissen, wie das funktioniert. Äh, was war denn das? Die X-Taster, ne? Ne. G wie Gustav. Feuer. Ja. Wie gesagt, ne? Es splittet sich halt nach ein paar Sekunden auf. Und dementsprechend... Hat man da nicht ein Torpedo auf sich zukommen, sondern 4. Reichweite. 28 Kilometer. Das ist in Ordnung. Da kann ich schon mal anfangen, so viel wie möglich weg zu rationalisieren, wenn mir irgendwas zu nahe kommt. Gut. Dann haben wir das Schiffchen. Nicht bitten dürfte. Escort-Schiff. Bergbau. Folgen. Weil wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir springen rüber. Nebenbei, ich mach mal wieder ein bisschen die Musik an. Ich hoffe, die ist jetzt ein bisschen lauter. Ich hab's ein bisschen lauter eingepiegelt. Oh, Klein-Ticken geht noch. Wenn ich mich so angucke, in welchem Bereich ich mich so unterhalte, der kann das noch bis hierhin hochkommen. Gefällt mir. Gut. Wir fangen an. Achso, falsche Tasse. Ab geht es. Ausrichtung. Geil. Ich liebe dieses Haus. Boom. Nebenbei gucken wir nochmal, ob es Interessantes hier gibt. Wir müssen natürlich jetzt warten, bis die anderen beiden fertig sind. Nicht, dass ich die nachher abhänge. Ach, geil. Boom. Boom. Guck mal, ich kann die Audio-Einstellung hier auch wieder ein bisschen höher drehen, ne? Machen die aber auf 100% hier. Mal gucken, was passiert. Wie gesagt, wenn irgendwas zu laut oder zu leise sein sollte, dann gerne einmal melden. Ich höre es über die Kopfhörer nicht. Ich hab die Kopfhörer, wenn ich jetzt auf normale Lautstärke drehe, dann drückt mir das so dermaßen in die Schädel weg. Corsair halt, ne? Aber schon nice. Also diese Kopfhörer möchte ich auf jeden Fall nicht wieder hergeben. Klare Empfehlung. Mission Torpedo-Test. Wir haben noch nicht genügend Lagerraum dafür. Gut, wir hüpfen weiter. Kann natürlich auch sein, dass wir gleich alles verlieren, ne? Das ist dann, dann ist das halt so. Boom. Geil. Aber sollte man es Tatsachen noch schaffen, ins Naonid-Gebiet reinzukommen, wird es definitiv so sein, dass ich direkt die Flotte umbaue. Weil, boom, da geht's direkt an die Schilde. Die braucht man nämlich auf jeden Fall. Ohne Schilde fühle ich mich aber so ein bisschen nackig. Tchum, tchum, ah, geil. Wieder nischt zu holen hier. Wir springen mal zur unbekannten Energiesignatur. Mal gucken, was passiert. Wir machen uns mal den Spaß und ziehen das einfach mal durch. Ja, wie gesagt, das wird das Öfteren jetzt mal so kleine Videos geben. Ich werde zwar zwischendurch jetzt einmal Videos produzieren, dass täglich Videos rauskommen, so ist es nicht. Aber ich werde auch ein bisschen vorspielen. Aus dem einfachen Grunde, damit wir auch einen Fortschritt erkennen können. Also so ganze Sammelaufgaben und so weiter und so fort, das werde ich nebenbei machen. Damit wir hier jetzt nicht wieder 600 Folgen haben, wo ich irgendwie am Sammeln bin. Such-Missionen, wie jetzt zum Beispiel Operation Exodus, da werde ich euch wieder mitnehmen. Einfach nur, weil wir da von Sektor zu Sektor zu Sektor hüpfen müssen. Und halt auch viel sehen und machen und tun. Da gar kein Problem. Was gibt's hier? Nichts. Aber wie gesagt, den Rest. Dann müsst ihr euch nicht mit dem ganzen Sammel abquälen. So, Freunde. Schauen wir mal. Auf das wird sich direkt sterben. Nö. Was gibt's hier Schönes? Einmal mal wieder reingelunzt in die ganzen Felder. Hier einmal reingeguckt, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Warte mal auf Ebene. QE ist hoch und runter. Gut. Hier gibt's auf jeden Fall nix Interessantes, so wie das aussieht. Bin noch irgendwas drinne. Ja, Eisen und so Zeug, ne? Brauchen wir nicht. Das heißt, weiter geht's. Peng. Ja, wie immer, wenn ich irgendwie Musik im Hintergrund laufen lassen habe, hier nochmal der kleine Hinweis. Das Ganze ist von der YouTube Audio Mediathek. Stimmung inspirierend. Na hallo. Was gibt's denn hier Hübsches? Nichts zu holen auf jeden Fall wieder. Da hinten ist noch ein Haufen mit Asteroiden. Wir gehen mal reingucken. Aha. Dem sagen wir mal, wir sollen die großen Klotz hier bitte abbauen. Und wir fliegen als Eskorte hinterher und gucken uns den Sektor noch ein bisschen an. War so ein kleines Klümpchen Eisen haben beruhigt. Und wenn ich's nachher verkaufe, ist ja egal, es gibt Kohle, ne? Apropos Kohle. Ich hab noch keine Allianz gegründet und wir liegen bei einer Ausgabe von 100.600 Credits. Für drei Schiffe. Die loten halt, ne? Sind auch nicht gerade billig. Ich mein, die passen jetzt zwar nicht alle zueinander, okay, aber shit happens. Da wird man direkt hinterher geboostet hier. Ah, geil. Ich liebe es. Ne, Baumwohn soll ich nicht. Ich wollte die Karte hier öffnen. Also dafür, dass es wunderbar schnell vorhüpft, weil ich ihn steuere, ist ja echt ziemlich lahmarschig, mit der fliegen. Geil. Ja, mit meiner Stimme ist es auch schon wesentlich besser geworden. Jetzt wieder alles im Laufen hier. Alles im Laufen. Dem ist aber schon klar, dass er vorne so eine Bärboerlese hat, ne? Ah, okay, jetzt dreht er sich um. Alles klar. Es ist so geil, den dabei zuzusehen. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie einstellen kann, dass sie so dicht ranfliegen sollen, dass sie mit dem kürzesten Laser schießen können. Also mit dem, der die geringste Reichweite hat. So, den muss ich jetzt mal langsam unter die Arme greifen hier, sonst wird das in diesem Leben nichts mehr. Moin, einmal ranfliegen, bitte, danke. So, du auch. Einfach einmal ranfliegen, bitte, danke. Und dann nehmen wir die Ressourcen doch einfach mal schnell mit. Ja, ich denke, ich werde gleich noch eine zweite Folge hinterher schmeißen. Ähm, das wird uns weiter in die Mitte bewegen. Ich nehme das Ganze noch mal mit auf und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Dann haben wir wieder 40 Minuten aufgenommen. Ich denke, da sollte man ein paar Meter nach vorne schaffen. Und bis dahin lassen wir sie einfach mal schnell den Asteroiden hier mit abbauen. Da sind mir zwar immer noch ein bisschen zu wenig Bergbaulaser drauf, aber das kommt alles im Laufe der Zeit nachher nach von ganz alleine. Wie gesagt, ich will ja nicht ein Bergbauschiff haben, ich will ein paar mehrere haben. Einfach nur, damit wir in die Ressourcen rankommen. Und das Ganze geht nachher in Richtung Airbergbau. Aber dann lassen wir uns mal überraschen. Okay, komm, ich kann mir diese Musik nicht länger anhören. Hören wir mal, was andere wandern. Scheide, geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, ey. Oh mein Gott. Ja, ich könnte ja jetzt auch wieder die Hintergrundmusik anmachen. Ich habe nur Angst, dass da irgendwelche Stück von Star Wars mit zwischen sind. Und dass da nachher irgendwelche Probleme mit den Rechten gibt. Das ist nicht so ganz meins. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, wir machen das wieder mit der Mediathek von Audio, äh, von Audio von Facebook. Und dann läuft dann schon, hey, wir müssen dich da ran. Ne, du kannst doch mal was tun für dein Geld. Ich meine, ein Gehalt kriegst du genug. Ja, Freunde, aber 20 Minuten mal wieder geschafft. Wieder eine Folge endlich. Das war die vierte Folge. Und ich finde es cool, dass es so ein gutes Feedback dafür gibt. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil Star Wars als solche ist klar cool, aber Star Wars und Aborion, ich habe das so auch noch relativ wenig gesehen, bis gar nicht. Es wurde zwar zwischendurch mal auf irgendeinem YouTube-Kanal eine Mod vorgestellt davon, das war es dann aber auch schon wieder. Und ja, es läuft, es läuft, es läuft stabil. Guck mal, da sind wir auch schon wieder fertig. Dann können die beiden jetzt noch nebenbei hier im Hintergrund einmal schnell das Titan mitnehmen, weil das möchte ich ungern liegen lassen. Titan? Hallo? Da hinten. Gut. Ne, genau. Wie gesagt, also positives Feedback. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so viel Anklang findet, bin ich echt begeistert von. Ich habe auch total Bock auf das Projekt. Also Star Wars, geil. Als ich die ganzen Filme gesehen habe, wollte ich unbedingt immer irgendwelche Spiele spielen, damit zu tun haben. Dann habe ich mir für das Nintendo 64 damals aus der Videothek noch ein Spiel ausgeliehen, weil man da mit den ganzen kleinen Fightern durch die Gegend fliegen konnte. Das war schon so ein Highlight, aber jetzt seiner eigenen dicken Schiffe zu fliegen, das kann schon was. Und unsere Flotte wird auf jeden Fall größer werden, unsere Flotte wird wachsen und es wird noch richtig, richtig, richtig geil. Klar, wir werden auch Verluste erleiden, das sehe ich, jetzt schon kommen. Aber erstmal ab nach vorne, Nao-Need-Gebiet und dann schauen wir weiter. Ihr Lieben, in dem Sinne, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Klar, der Anfang ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber das gehört halt dazu, deswegen, ich habe die letzten, keine Ahnung, acht Stunden Farm jetzt auch nicht mit aufgenommen, sondern einfach nur gemacht. Na, Hauptsache, es geht schon mal ein bisschen voran und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, da springen wir ein bisschen weiter nach vorne und mal gucken, was uns da noch so schönes erwartet. Wie gesagt, und wenn da nicht wirklich was passieren sollte, dann springe ich auch ein bisschen weiter nach vorne, Nao-Need-Gebiet zur Not rein. Aber erstmal abwarten. Und ich würde sagen, wenn euch das gefällt, was ich hier mache oder was wir hier machen, momentan bin ich ja alleine unterwegs, nur geht es arbeiten, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne einen Komi da und abonniert den Kanal. Das wäre mega Support, mega geil, mega unterstützend und in dem Sinne schaffen wir vielleicht auch noch die 300 Abonnenten. 295 haben wir jetzt, Stand heute. Ich bin echt gespannt. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Worion. Ciao.